Die Frau mit der, wie wir heute frisch gelernt haben, längsten Speiseröhre in dieser Runde ist da. Und zwar frisch verliebt. Verona Poth, herzlich willkommen nochmal. Danke. Du hast mal wieder was rausgehauen, was dir jetzt einfach auch den Rest des Jahres, bis du es einfach tust, hinterherlaufen wird. Du willst nochmal heiraten? Denselben Mann? Denselben Mann. Franyo, soll es sein? Genau, der kriegt aber eine Brennnesseltorte zur Hochzeit. Aus Gründen, wie wir wissen. Also du versprichst dir noch einiges von den kommenden Ehejahren, nehme ich an. Aber eigentlich bist du ja gar nicht so eine Romantikerin. Wie konnte dir das passieren? Muss der Ehevertrag neu gemacht werden oder wie kommst du drauf? Witzigerweise haben wir ja nicht mal einen. Ach komm. Ja, ich habe seinen Namen angenommen, meinen schönen Feldbuschnamen hergegeben. Ich habe nicht mal einen Ehevertrag. Obwohl ich ja schon mal verheiratet war, hätte ich ja daraus lernen sollen. Ja, aber da war ja eh einiges. Mir ging auch gut aus. Ja, ja, ja. Letztendlich für mich. Für mich. Aber er hat es überlebt. Nee, also das ist einfach so. Früher habe ich gedacht, wenn Menschen zwei, dreimal denselben Partner heiraten, habe ich nicht so viel davon gehalten. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen vielleicht albern. Oder warum macht man das jedes Jahr oder alle zwei Jahre? Aber jetzt sind wir 23 Jahre verheiratet. Sehr, sehr glücklich nach wie vor. Wie gesagt, auch ohne Ehevertrag und zwei tollen Kindern. Und heute, wenn ich Franjo noch mal heiraten würde, was ich ja vorhabe und umgekehrt. Ich weiß ja mehr denn je, was das für ein Mann ist als damals. Damals kannte ich ihn drei Jahre. Ich wusste, dass das der richtige Mann ist. Deswegen war das ja alles so traditionell. Die Kirche, den Namen hergeben. Das fiel mir echt schwer. Ich habe meinen Namen Feldbusch sehr geliebt. Aber ich wollte auch ein Zeichen setzen in dieser Showbranche, wo alles so schnelllebig ist. Weil alle hatten drauf gewettet, was will sie mit einem Architektenstudenten aus London. Das geht nicht drei Wochen gut. Und die meisten haben ja noch nicht mal geglaubt, dass wir geheiratet haben. Und dann kamen die Kinder und das war einfach eine schöne Zeit. Aber heute, ich bin nicht sehr romantisch, ganz wenig vielleicht. Franjo ist noch weniger romantisch. Aber ihr hattet so eine mega Hochzeit mit Rosa, Kutsche und Stefan Sto. Ich finde, Romantik ist immer so ein Wort, wenn man sagt, das ist romantisch. Dann wird von dir verlangt, das zu erwidern, weil sonst bist du irgendwie unsympathisch. Aber das ist schön und das reicht mir. Aber ich kann nicht so beim Sonnenuntergang die Hand von Franjo nach 20 Jahren sagen. Oh, wie schön, mein Mäusebärchen. Also, das habe ich so nicht. Aber wenn die Sonne untergeht und wir sitzen vielleicht am Strand in Dubai, dann bemerke ich das schon. Dass er da ist. Ja, aber nicht so wie Susi und Strolchi gleich so. Oh, wie schön. Ihr esst keine gemeinsame Nudel, verstehe. Aber ich meine, Leon, wenn du sowas hörst, zweites Mal heiraten, du bist ja der Mann für gute Gefühle. Kannst du das auch nachvollziehen, auch aus wissenschaftlicher Sicht? Da wirst du jetzt eine Studie haben. Habe ich keine. Ganz persönlich bin ja selber noch gar nicht verheiratet und weiß nicht, ob ich das mal machen würde. Wüsste auch nicht, wie romantisch. Rosa Kutsche sicher nicht. Aber das sagst du eigentlich... Das fang das zweite Mal an. Nee, nee. Ich finde eher schön, was du sagst, dass es ja sehr individuell ist, was jetzt dann schön ist am Ende des Tages. Und wenn man das so aufgestülpt bekommt, damit habe ich eher mein Problem, dass so ganz oft solche gesellschaftlichen Konventionen einem dann eher einen Druck machen. Und wenn du sagst, ihr habt eine rosa Kutsche geil gefunden, ob das jetzt jemand anders romantisch findet oder nicht, ist ja eure Sache. Also es war ja keine rosa Kutsche, es war ja altrosa. Altrosa, ein blasses Rosa. Was ist denn für die zweite Hochzeit dann geplant? Wie kannst du das steigern? Ich würde die altrosa Kutsche von zwei schleckenden Kühen ziehen lassen. Das kann jetzt noch kommen. Konsequenz. Aber es gibt doch schon Brennnessel-Torte. Es gibt doch schon Brennnessel-Torte. Aber wir haben hier schon... Nee, 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 die Kutsche. Riccardo, du möchtest in diesem Jahr heiraten. Ja. Du hast gerade gesagt, die Kutsche, warum denn nicht? Nee, ich finde das schön. Also ich bin genau das Gegenteil von Verona. Ich nenne meinen Verlobten auch nicht Mäusebär, aber auch was mit Maus. Also ich bin genau das, was du beschrieben hast, bin ich. Wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, dann bin ich schon... Wird sofort gegriffen. Ich habe so gesagt, für mich ist das so wie der Happiness-Button. Immer wenn ich ein Gefühl fühle, was gute Gefühle in mir auslöst, muss ich automatisch auch an meinen Mann denken und sagen, ich liebe den so. Also in meinem Kopf ist das so verbunden wie so eine Tastatur. Das macht Franjo auch, indem er mir regelmäßig was schenkt. Und ich freue mich, ich bin dankbar. Die ganze Woche über bin ich dankbar. Aber wir haben ja auch Kosenamen. Er nennt mich Chantal, Aschanti und Uschi. Also ich glaube... Das sind meine Kosenamen. Das ist so. Was wir schon alles erfahren haben. Du bist ja... Ich glaube, wenn du so einen Moment hast, wo du sagst, oh ja, jetzt, ja. Oder ich saß mit meiner Frau irgendwann in Holland am Strand und da war dieser Meteor-Sturm. Eine Sternschnuppe nach der nächsten. Dann sitzt du da und denkst, ist das toll. Das sind glückliche Momente. Die sind wahrscheinlich in zwei Minuten wieder weg. Aber wenn du davon genug zusammenkriegst, in die Hosentasche stecken, einsammeln. Ich glaube, wenn man irgendwann genug davon hat, und dafür sind die sehr wichtig, dann wirst du ein zufriedenes Kerlchen. Auch schon lange verheiratet. Da warst du dran. Sehr schön. Gibt es denn, um noch mal ein bisschen was für die Gala zu füllen, gibt es konkrete Termine, Planungen, irgendwas? Also es gab schon die Einladungen, wurden rausgeschickt. Das war aber so ein bisschen in der Pandemiezeit, als es gerade alles besser wurde. Wir wollten auf Ibiza heiraten. Wir hatten uns schon einen wunderschönen Strand ausgesucht und alle eingeladen. Aber dann hieß es plötzlich wieder, alle müssen am Tisch sitzen bleiben, nur vier Personen, nicht tanzen und so. Dann haben wir gesagt, okay. Und jetzt habe ich mal, weil ich ja eigentlich meinen Sohn, der Degundett mich ja immer, zack, weil er sagt, du bist nicht nur auf zack, du bist der zack. Und das Schlimme an so einem zack ist, dass da alles ganz hartgierig schnell organisiert. Und dann, die ganze Familie beschimpft, ihr macht ja nichts. Aber ich mache es so schnell, die haben gar keine Chance. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt schiebe ich mal den Ball rüber. Du lässt es jetzt organisieren. Du organisierst die ganze Hochzeit und ich bin da raus. Okay. Jetzt muss ich nur noch warten auf den Ring und auf den Antrag. Das ist nicht so schwer. Das Kleid werde ich selber organisieren. Das Kleid machst du selber. Kann ja das denn. Das ist ja immer das Problem. Wenn man delegiert, stellt man plötzlich fest, ich habe wirklich auf die falsche Person gesetzt. Was das Organisieren angeht. Ich glaube, das macht er ganz cool. Er steht ja auf Jazzmusik. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir Jazzmusik haben. Okay. Das wird schon in einem Land sein. Er ist schon engagiert. Ich denke, Sonne spielt bei uns eine Rolle. Viele natürlich Freunde, Bekannte, mit denen man echt einfach ein bisschen vom Weg geteilt hat. Und ich glaube schon, dass das alles sehr viel Stil haben wird, aber auch unkompliziert sein wird. Weil die große, pompöse Hochzeit im Stephansdom mit diesem wunderschönen Kleid von Karl Lagerfeld mit über 8.000 Leuten damals vom Stephansdom. Das wird es nie wieder geben. Das war ja eine Sache, die hat mich ja selbst überrollt in dieser Form. Aber das ist ja auch einzigartig. Da kann man sich auch nicht mehr nochmal das zu unterstützen. Und jetzt wird es eine Hochzeit, wo vermutlich beide Jungs von euch dabei sein werden? Ja, bei der ersten war ja Diego schon 6 Monate alt. Genau, aber jetzt? Und geheiratet in San Diego haben wir geheiratet. Standesamtlich da war 6 Monate. Beim Stephansdom war er 2 Jahre, hat uns ja die Ringe gebracht. Ja. Ja, jetzt ist er irgendwie, glaube ich, so 1,94 und weiß nicht, ob er nochmal die Ringe bringt. Aber ich habe ja den Kleinen noch. Du hast den Kleinen. Rocco Lito. Der Rocco Lito ist auch dabei. Also ihr habt eine richtig schöne Familienfeier. Das ist romantisch. Also da bleibt kein Auge trocken. Wenn ich auf die beiden gucke während der Hochzeitsrede, nee, dann weiß ich auch nicht. Aber es waren 8.000 Gäste oder waren da auch Fans dann vor dem Dom? Nee, das waren, das hat, ich glaube, dass Wien sehr romantisch ist. Ich kann es ja nicht erklären. Es waren 8.000 Leute vor der Kirche, die kann man ja nicht bestellen. Du kannst ja nicht beim Künstlerdienst anrufen und sagen, Hallöchen, Puppöchen. Hätte gerne mal 8.000 Zuschauer. Die Kutsche, das Fiakel ist über die Ampeln gefahren. Die Ampeln wurden alle auf Rot gestellt. Das kann ich ja auch nicht verantworten. Das wurde so bestimmt. Wie bei so einer Bauerndemo, ne? Ja. Romantischer hätte man es nicht sagen können. Und da haben wir die Kühe wieder. So, genau so war es. So ist es da rund. Aber was man gerade schon bei dir gespürt hat, das hätte mich eh interessiert, du bist sehr eng auch mit deinen Jungs. Du bist so eine richtige Herzmama. Ich weiß noch, du warst mit Diego hier, war er so ein bisschen auf dem Sprung, das Haus zu verlassen. Jetzt war er inzwischen schon in Amerika, kommt jetzt wieder zurück. Wie sehr hüpft da dein Mama-Herz? Ich glaube, du hast schon ein bisschen gelitten, dass er weg war, oder? Ich glaube, ich bin eine optische Täuschung in vielen Dingen, aber auch in denen. Für mich ist das so, ich habe ihn eigentlich so erzogen, dass er sehr selbstständig war oder früh geworden ist. Und als er 18 ist, ist er nach Femper, nach Florida gefahren, um Golfer zu werden. Und in der Zeit hat er natürlich ganz viel Reife dazugewonnen. Er ist jetzt zwei Jahre, ein Jahr war auf einer Akademie, hat seinen Abschluss gemacht. Im zweiten Jahr hat er alleine gelebt. Und ich muss sagen, er hat wahnsinnig viel dazugelernt. Und er kam mit so einem kleinen Köfferchen und Rucksack wieder. Und ich ist das alles. Und der Mama, ich bin Golfer, da ist niemand. Ich bin im Niemandsland. Ich gehe einmal im Monat zum Friseur. Ich habe fünf Polo-Hemden, da ist irgendwie ein Logo drauf. Das ist mein Gepäck. Und dann kommt er wieder und zack, bumm, in 24 Stunden später hat er eine neue Frisur, ist blond gefärbt. Ja, was für ein Auftritt. Ja, aber auch wenn man das sieht, wo er herkam, er sah aus wie ein Monschi-Ski. Also wir mussten erst mal das Gesicht freischneiden. Weil wenn du so weit in der Wildnis lebst und wirklich jeden Tag acht Stunden golfst, dann gibt es nicht so eine Widerspiegelung auf Partys. Ja, aber du hast ihn vermisst, das meine ich doch. Das war so weit weg. Ich habe ihn vermisst, aber ich habe eigentlich immer gedacht, das ist so, ja, wie so ein Rekrut. Er war gut ausgebildet. Dann habe ich gesagt, so, jetzt marschier mal los. Und jetzt kommt er zurück. Das ist ja wie bei einem Offizier und Gentleman. Also wie er zurückgekommen ist, ist natürlich auch wirklich sehr beeindruckend. Er war jetzt auf der Mailänder Modewoche zu sehen. Du hast es gerade schon angesprochen. Guck mal, also bitte, wie er ausgesehen hat, ist ja wohl der Hammer. Und du hast ja auch selbst gemodelt. Du bist dabei gewesen. Bist du da eigentlich Eislauf-Mama? Also kannst du ihn da gut ziehen lassen? Oder gibt es immer Tipps von der Seite, wenn er da über den Laufsteg geht und du dabei bist? Oder bist du einfach nur stolz? Also im Bereich jetzt zu modeln, habe ich ihm gar keine Tipps gegeben, weil Philipp Leim war am Start. Er hat ihn sich sehr zu Herzen genommen. Für den ist er gelaufen. Da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Und Philipp ist halt ein absoluter Workaholic. Er hatte 5000 Leute vor Ort, die da waren. Die größte Modenschau in Mailand. Und mittendrin Diego. Und ich habe einfach mich komplett zurückgehalten. Und nach 24 Stunden, die ich ihn nicht gesehen habe, kam er weißblond wieder mit dieser Sonnenbrille zwischen diesen ganzen internationalen Models. Bleibt ja mein Kind, mein Sohn, mein Diego Lito. Bleibt das ja in meinem Herzen. Aber mit 1,94, obwohl ich auch nicht klein bin, habe ich schon so hoch geguckt. Und er hat gedacht, hat er cool gemacht. Vor allen Dingen, er sieht sich ja gar nicht als Model. Er sagt immer, Mama, das ist voll ein Missverständnis. Ich weiß gar nicht, was Sie alle von mir wollen. Er sieht sich, glaube ich, ganz anders. Wenn man sich mit ihm unterhält, ist das immer noch weit weg. Aber er will sein eigenes Geld verdienen. Und er sagt, er ist so dankbar für die Chance. Und jetzt ist er an zwei sehr großen Agenturen in Elite. In Miami ist er aufgenommen worden. CR Models hier in Köln. Er ist super erfolgreich unterwegs. Und er sagt aber, ihm ist es sehr, sehr wichtig, Geld zu verdienen. Weil er möchte einfach nicht bis 30 von Mama und Papa leben. Und deswegen ist er jetzt auch da so hinterher. Und möchte damit einfach sein Studium finanzieren. Er studiert nächste Woche. Du verdienst auch dein eigenes Geld schon sehr lange. Aktuell mit einem neuen Baby, aber einem beruflichen Baby. Du bist mit einem Talk ja unterwegs. Zweite Staffel startet jetzt. Der heißt More Than Talking. Danke, dass du das Denn nicht vergessen hast. Sonst wäre es ja Modern Talking. Komisch, ne? Komisch. Aber More Than Talking ist tatsächlich so entstanden. Ich habe gesagt, ich möchte meine eigene Sendung produzieren, weil ich eine bestimmte Idee hatte. Ich habe es geschrieben als Autorin. Dann habe ich überlegt, wie das Ganze heißen soll. Dann meinte ich, das muss ein moderner Talk sein. Dann ist mir das Wichtigste ist das Talken, das Sprechen. Das ist im Grunde genommen mein einziges Talent, wenn man genau hinhört. Und dann habe ich gesagt, More Than Talking. Also das ist mir so rausgerutscht. Und dazwischen ein Then. Und dann stand der Name, jetzt heißt meine Produktionsfirma auch so. Und ich habe es dann... Das klingt ja fast wie die Band von deinem Ex. Ehrlich? Oh nein, sag mal. Dinge gibt es. Aber das ist ja nun 25 Jahre her. Der Witz wäre, glaube ich, zu klein, um da eine Firma drauf aufzubauen. Ist aber trotzdem ein bisschen lustig. Und jetzt habe ich das Ganze an Magenta verkauft. Lass uns mal reingucken. Du triffst in der aktuellen Staffel Spitzensportler. Und wir lassen erst mal Eindruck haben, was du da überhaupt machst. Hallo, grüß dich. Meine ganze Familie hat quasi hier gearbeitet. Und arbeitet immer noch unter Tage. Ja, ja. Ich mache hier die ganze Arbeit alleine. Wir könnten schneller. Wir haben ja noch 100 Kilometer vor uns. Der Mensch sucht ja das Abenteuer. Ich glaube, das Abenteuer kam zu dir, oder? Ich habe jetzt alles ausgelotet. Auch die untersten Grenzen. Also ich finde, du hast was Philosophisches. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal einer gesagt hat. Also ich habe zwei Söhne. Die sind sieben Jahre auseinander. Und das ist auch ganz gut. Aber jetzt drei. Also echt Respekt vor deiner Mama. Ich als Alleinerziehung. Drei Kinder. Warte. Ja, 1 zu 0. Yes. Okay. 1 zu 0 für? Für mich? Ja, für wen? Welche Mannschaft? Ähm, ja. Ja. Für Verona. Verona FC. Ich gehe. Lukas. Ja, das Ding. Ja. Keine alltäglichen Orte. Nein. Also ihr habt besondere Orte. Und du haust natürlich auch deine Geschichten auch mit rein. Ja, ich habe mir als Moderatorin einfach vorgenommen, wie gesagt, der Name Modern Talking. Ich will wirklich einen tollen Talk haben. Und die Sendung besteht 35 Minuten nur aus einem Talk. Am Ende entwickelte sich das Moor. Also es kommt diese Szenen zustande, wo wir Tischfußball spielen oder wo ich mit Franziska von allem sich wirklich schwimme im Wasser, sie als zweifache Weltmeisterin schwimmen zu sehen, war mir eine große Ehre. Es gibt so tolle Momente, die am Ende noch zustande kommen. Ich reise deswegen an Orte, wo ich die Leute auch optisch ein bisschen überrasche. Aber die haben immer mit den Gästen zu tun. Also hier mit Lukas Podolski, das waren 320 Meter in der Tiefe unter der Erde, weil seine Eltern kommen vom Bergwerk. Und seine Großeltern haben da gearbeitet, seine Eltern zum Teil. Und er wollte unbedingt in Zapsche in Polen, dass ich ihn dort besuche. Und so ist auch, sag ich mal, der ganze Auftritt entstanden. Und bei Jan Ullrich, der großartig war, den müsst ihr unbedingt einladen. Also so ein netter Kerl. Der hat so ein schönes emotionales Interview gegeben. Da waren wir in seinem alten Fanverein und haben dann dort mit ihm über seine Karriere gesprochen. Und er hat ja echt viel durchgemacht. Und er hat sich so geöffnet. Und auch ein wunderschöner Talk. Also so entstehen die Orte. Die suche ich nicht nur aus, sondern die gehören zu meinen Gästen. Und das ist eben das Besondere daran. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, okay, Verona hat ihr Leben ja sowieso mit ganz vielen Promis schon verbracht. Jetzt trifft sie die da noch extra. Du hast ja auch tatsächlich fast alles schon erlebt, wenn man Promis trifft. Zum Beispiel hast du ja nicht nur mit Lukas quasi unter Tage gesessen, sondern auch mit Michael Jackson Geburtstag gefeiert. Also fast, fast kann man so sagen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe eigentlich mit Ihnen Geburtstag gefeiert, weil ich war ja eingeladen, nachweislich, noch unter dem Namen Verona Feldbusch. Bin dann auf die Neverland Ranch auch tatsächlich gefahren. Habe dort seinen Geburtstag verbracht mit vielen internationalen Gästen. Unter anderem war mein Tischnachbar Mike Tyson. Es war verrückt. Es gibt sogar ein einziges Foto aus dieser Zeit. Aber ich meine, Magenta TV würde alles dafür tun, nochmal so einen Gast einzuladen. Aber Michael geht ja jetzt auch nicht mehr. Ja, aber du hast ihn, glaube ich, gar nicht gesehen, ne? Aber Mike Tyson würde noch gehen. Mike Tyson würde noch gehen. Und in dieser Staffel geht es doch nur um Sportler. Du hast mich auf eine Idee gebracht. So, siehste. Man muss hier hohen Ziele schauen. Aber mal kurz zu Ende gesprochen. Du hast Michael Jackson gar nicht gesehen auf seiner Geburtstagsparty. Ja, wenig. Also es war eigentlich so, dass man natürlich bei den ganzen Gästen, das war so Open Air, einfach natürlich nach ihm gesucht hat. Er ist ja das Geburtstagskind. Und man hat seine Familie getroffen. Man hat wirklich ganz, ganz große Stars wie Diana Ross und so weiter. Alle waren sicher da. Und alle fingen an, so gegen Abend zu sagen, wo ist eigentlich Michael? Und dann hat man uns ganz klar gesagt, er wäre oben in seinem Zimmer und würde sich das alles über die Monitore anschauen. Und er würde wahrscheinlich auch gar nicht runterkommen. So, und auch seine zwei Affen haben wir kennengelernt. Also es war eine verrückte Zeit. Also, wir haben alle den Eindruck bekommen davon, du weißt, wie man mit Promis spricht. Du scheust nicht, die wildesten Menschen einzuladen. Und deswegen bist du heute hier in unserer Runde ganz wunderbar aufgehoben, Verona. Und beteilige dich bitte gern. Also alles, was gefragt werden muss, haust du ab jetzt auch mit raus. Aber sowas von... Schön, dass du da bist. Danke viel.